Affinity Designer bietet sogenannte Anpassungsebenen an, um vor allem Tonwerte in einem Dokument zu beeinflussen. Diese Anpassungsebenen finden wir zum Beispiel in der Ebenenpalette hier unten hinter diesem Icon. Wir sehen hier Anpassungen, wenn ich darauf klicke, öffnen wir ein Menü mit allen zur Verfügung stehenden Anpassungsebenen. Mithilfe dieser Anpassungsebenen kann ich entweder das gesamte Dokument beeinflussen oder gezielt einzelne Elemente innerhalb dieser Ebenenpalette, wie zum Beispiel dieses Foto, diesen Verlauf oder zum Beispiel auch einzelne Smileys hier unten. In diesem Video schauen wir uns einmal die Anpassungsebene Tonwertkorrektur an. Dazu klicke ich hier unten in dieses Menü hinein, wähle Tonwertkorrektur aus und sobald ich hier drauf klicke, wird diese Anpassungsebene automatisch in der Ebenenpalette ganz oben platziert, weil ich zuvor keine andere Ebene ausgewählt hatte. Ich schließe das noch einmal, entferne noch einmal diese Anpassungsebene und wähle jetzt zum Beispiel eine der Ebenen in der Ebenenpalette aus, zum Beispiel hier diesen Verlauf. Klicke ich jetzt in dieses Menü und wähle Tonwertkorrektur aus, so wird diese Tonwertkorrekturanpassungsebene automatisch als Unterebene bzw. Schnittmaske innerhalb dieser Rechteckebene platziert, wie man hier sieht. Falls das mal passiert, macht das aber gar nichts. Wenn ihr zum Beispiel wollt, dass diese Anpassungsebene alle Ebenen beeinflusst, zieht ihr einfach diese Ebene heraus, platziert diese ganz oben in der Ebenenpalette und auf diese Art und Weise wirken sich die Änderungen jetzt auf das gesamte Dokument aus, das heißt auf alle Ebenen unterhalb dieser Anpassungsebene. Gut, was hat es jetzt mit dieser Tonwertkorrektur auf sich? Wir sehen entsprechend hier dieses Dialogfeld. Hier können wir verschiedene Einstellungen vornehmen. Wenn wir fertig sind, klicke ich zum Beispiel auf dieses X und ich kann aber jederzeit wieder in die Einstellmöglichkeiten dieser Anpassungsebene herein, indem ich hier zum Beispiel auf dieses Vorschaubild doppelt klicke und auf diese Art und Weise dieses Dialogfeld wieder hervorhole. In diesem Tonwertkorrekturdialogfeld sehen wir derzeit sehr prominent platziert ein sogenanntes Histogramm. Hier sehen wir die aktuelle Tonwertverteilung innerhalb des gesamten Dokumentes, von dunkel nach hell, das heißt hier auf der linken Seite zum Beispiel schwarz und hier auf der rechten Seite in diesem Fall weiß. Mithilfe dieser zwei Schieberegler hier unten, Schwarzstufe und Weißstufe, können wir entsprechend jetzt zum Beispiel den Kontrast in diesem Dokument oder einzelner Ebenen anpassen. Wenn ich zum Beispiel einmal die Schwarzstufe nach rechts bewege, könnt ihr jetzt direkt live sehen, was mit diesem Dokument passiert, also mit diesem Foto, diesem Verlauf oder zum Beispiel auch den Smileys hier unten. Ich ziehe also diesen Schieberegler nach rechts und auf diese Art und Weise seht ihr schon, dass sich die dunklen Bereiche, zum Beispiel bei diesem Foto, weiter abdunkle. Außerdem seht ihr bei diesem Schwarz-Weiß-Verlauf, dass hier unten diese Bereiche jetzt komplett schwarz dargestellt werden, denn wir sehen zum Beispiel hier ist eine vertikale weiße Linie. Diese bewege ich, wenn ich diesen Schieberegler bewege. Alle Tonwerte links davon sind jetzt ein reines Schwarz. Das heißt, wenn ich das noch einmal zurücknehme, sehen wir hier zum Beispiel einen sanften Verlauf von einem Schwarz bis zu einem Weiß und dazwischen sehen wir entsprechend gleichmäßig die Graustufen. Wenn ich diesen Regel allerdings nach rechts bewege, wandert gewissermaßen dieses Schwarz weiter nach oben und wir sehen zum Beispiel jetzt, dass in diesem Bereich ein reines Schwarz vorliegt, da alle Tonwerte hier links von dieser weißen Linie jetzt komplett schwarz dargestellt werden. Gewissermaßen beginnt an dieser Stelle jetzt der Verlauf erst an dieser Stelle bis dort oben. Wir können auf diese Art und Weise also den Kontrast in Bildern erhöhen. Das Ganze können wir noch verstärken, indem wir jetzt zum Beispiel die Weißstufe nach links bewegen. Und ratet mal, was passiert? Genau auf diese Art und Weise kann ich bereits helle Bereiche eines Bildes weiter aufhellen. Das heißt, jetzt sind alle Bereiche rechts von dieser weißen Linie ein reines Weiß. Das sehen wir hier zum Beispiel auch bei diesem Verlauf. Wenn ich diesen Regler weiter nach links bewege, zum Beispiel so weit, ist jetzt dieser gesamte Bereich oben ein reines Weiß. Das heißt, alle Bereiche rechts von dieser weißen Linie und unsere weiße Schrift wäre in diesem Fall schon gar nicht mehr zu sehen. Dasselbe gilt auch für die weiße Schrift hier bei unserem Foto. Ziehe ich das wieder zurück, so kann ich das entsprechend wieder reduzieren. Unsere Schrift taucht wieder auf. Und auf diese Art und Weise könnte ich jetzt einen sehr starken Kontrast erreichen, zum Beispiel so stark. Wir haben hier ein Weiß, hier ein Schwarz. Und wenn ich das noch übertreibe, hätten wir schlussendlich zum Beispiel ein tatsächliches Schwarz-Weiß-Bild. Das ist also der höchstmöglichste Kontrast. Durch diese Veränderung, durch diese Kontrast-Erhöhung wird bei der Tonwertkorrektur allerdings auch die Sättigung erhöht. Wir sehen zum Beispiel hier, die Brauntöne sind stärker gesättigt. Dasselbe gilt für die Smileys hier unten. Wenn ich das noch einmal rückgängig mache, zum Beispiel so, sehen wir entsprechend, dass die Sättigung in diesem Fall bei diesen Smileys nicht so hoch ist, wie wenn ich jetzt zum Beispiel den Kontrast erhöhe. Das ist alles schon eher Neonfarben. Dasselbe gilt hier für den Berg. Schaut euch hier einfach mal diese Brauntöne an. Wenn ich das Ganze wieder zurücknehme, sehen wir, dass das fast schon eher schwarz-weiß aussieht. Wir sehen hier ein paar braune Töne. Und sobald ich hier den Kontrast erhöhe, erhöhen wir auf diese Art und Weise auch die Sättigung im Bild. Möchte ich das vermeiden, so gibt es einen Ebenen-Mischmodus. Worum es sich bei diesen Ebenen-Mischmodi handelt, habe ich ja bereits in einem gesonderten Video zum Thema Ebenen-Mischmodi erklärt. Ich kann zum Beispiel den Mischmodus dieser Tonwertkorrekturanpassungsebene einstellen. Ganz klassisch hier oben in der Ebenen-Palette in diesem Menü oder direkt in diesem Dialogfeld, hier unten im Bereich Mischmodus. Wenn ich hier den Mischmodus von Normal auf Luminanz setze, so wirkt sich diese Kontraststeigerung auch tatsächlich nur auf die Luminanz des Bildes oder Dokumentes aus. Das heißt, auf die Helligkeit in einem Bild. Nicht auf die Farben, nicht auf die Sättigung. Das heißt, wenn ich jetzt hier übertreibe, so kann ich entsprechend den Kontrast erhöhen. Die Sättigung der einzelnen Farben wird allerdings nicht erhöht. Und das ist auch oftmals erwünscht und hilfreich. Das heißt, hier müsst ihr immer schauen, welches Ergebnis euch besser gefällt und entsprechend eventuell den Mischmodus von Normal auf Luminanz setzen. Ich werde dieses Dialogfenster einmal schließen und aktuell sehen wir ja, dass diese Anpassungsebene ganz oben in der Ebenen-Palette liegt. Und dadurch wirkt sich diese Anpassungsebene auf alle darunterliegenden Ebenen aus. Das heißt, derzeit auf das gesamte Dokument, auf das Bild, den Verlauf und auch die Smileys. Möchte ich hingegen, dass sich diese Anpassungsebene jetzt nur auf eine spezielle Ebene auswirkt, sagen wir zum Beispiel auf unser Bild eines Berges, so nehme ich entsprechend hier diese Anpassungsebene, schaue in der Ebenen-Palette, wo dieses Foto liegt, in diesem Fall ganz unten, und ziehe diese Ebene hier als Unterebene bzw. Schnittmaske in diese Bildebene hinein. Hier müsst ihr wieder auf diesen blauen Balken aufpassen. Ist dieser komplett durchgezogen, verschiebe ich lediglich diese Anpassungsebene an die unterste Stelle dieser Ebenen-Palette. Bewege ich die Maus ein wenig nach rechts, so sehen wir entsprechend diesen blauen Balken nach rechts versetzt. Und das bedeutet, ich kann jetzt diese Anpassungsebene als Schnittmaske zu dieser Bildebene einfügen. Ich lasse los, entsprechend sehen wir hier bei dieser Bildebene einen kleinen Pfeil, den öffne ich und entsprechend sehen wir, habe ich jetzt eine Schnittmaske zu diesem Bild erzeugt. Und auf diese Art und Weise wirkt sich diese Tonwertkorrektur nur auf diese Ebene aus, das heißt nur auf dieses Foto, wie wir hier auch an dem Ergebnis sehen. Das heißt, wenn ich jetzt etwas anpasse, wirkt sich diese Tonwertkorrektur nur auf das Bild aus, der Verlauf und hier unten diese Smileys bleiben davon unberührt. Mit Hilfe von Anpassungsebenen könnt ihr also zum Beispiel in Affinity Designer ein solches Foto anpassen, in diesem Fall den Kontrast erhöhen oder auch diese Anpassungsebene auf das gesamte Dokument anwenden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Dokument fertig gestaltet habt, könnt ihr mit Hilfe von Anpassungsebenen einfach mal testen, wie dieses Dokument zum Beispiel etwas dunkler oder heller oder im Kontrast gesteigert aussehen könnte.